Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play. Heute zeige ich euch mal wieder was von Watch Dogs auf der PS4. Und zwar geht es darum, eine weitere Nebenmission zu starten, die da wäre. Das nennt sich Verbrechen verhindern. Und hierbei geht es darum, dann in das kleine Zielgebiet hier einzudringen und sich am besten gleich noch zu verstecken. Und da haben wir auch schon unsere Zielpersonen, die wir beschatten müssen. Und dann gucken wir nochmal gleich, was er macht, der ist schon um der Ecke. Unsere Zielperson befindet sich hier. Und da unten ist so ein Balken, da ist die Verbrechenswahrscheinlichkeit. Und jetzt hat er uns natürlich hier sehen. Und jetzt müssen wir den schnappen. Aber in dem Fall, dass ich jetzt das Video mache, renne ich mal eine ganze Weile hinter ihm her, bis er Verstärkung ruft. Man hätte jetzt auch die Möglichkeit, den Verbrecher hier zu schnappen, zu rammen und ihn niederzuschlagen. Oder mit dem Telefon hier noch ein paar Sprengfallen auf dem Weg, wenn sich hier welche befinden sollten, auszulösen. Je nachdem. So, jetzt ruft er Verstärkung. Und darauf haben wir natürlich gewartet. Wir ziehen dann unseren Granatwerfer schon mal und warten, dass die Leute hier ankommen. Und da sind sie auch schon. So, hier müssen wir natürlich auch noch ausschalten. So, hier befinden sich jetzt noch ein paar Leute, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Komm mal her. So, das ist die Action mit dem Schlagstack, was ich erzählt hatte. Und da hinten befinden sich jetzt noch ein paar. Aber nicht mehr lange. Und wenn ich den letzten ausgeschaltet habe, ist der Auftrag auch in dem Fall erfüllt. Natürlich habe ich jetzt etwas viel Chaos hier veranstaltet, aber na gut. Gut, könnte man sich jetzt noch ein Eis holen, aber der ist auch nicht da, macht Vormittagspause. Okay, ich hoffe, euch hat mein Video mal wieder gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, let's play.